BMW M235i gegen BMW M3 E46 im Autobild-Geschmacksduell. Ein Volontär, Attila Langhammer, ein Redakteur, Jörg Malzahn, eine Automarke, zwei Fahrzeuge und zwei Meinungen. Erzähl mir mal bitte, warum du glaubst, dass der alte Schinken schneller sein soll als der neue M235i? Das hier ist ein echter Sportwagen. Keine Elektronik, knackige Sechsgang-Handschaltung, das Lenkrad muss man straff in der Hand halten, da merkst du jede Kurve auf der Rennstrecke. Das ist ein Sportwagen. Ach komm, bla bla, romantische Verklärung, hört man immer wieder. Sauger, Hochdrehzahl, Handschaltung, alles soll schneller sein als moderne Turbotechnik. Viel Elektronik, super feine Abstimmung. Ich glaub dir das nicht. Hier stecken 13 Jahre zwischen den Autos. Ich frage mich, wo bleiben die? Der alte M3 hat 340 PS, wiegt nur 25 Kilo mehr als deine Turboschraube da. Ich frage mich, wie will der dagegen anstinken? Schau mal auf hier mit Turboschraube. Also gegen Turbo kannst du gar nichts sagen. Das Drehmoment, das hilft dir auch auf der Rennstrecke. Und das werden wir gleich sehen. Ich wette, der neue ist deutlich schneller als dein alter M3. Wenn du das erste Mal schaltest, da drehe ich ja locker noch 1000 Touren. Da werden wir mal sehen, wer gewinnt. Und den Punkt beim Klang, den kriege ich garantiert. Blecherndes, gurgelndes Konzert aus dem 3,2 Liter Reihensechszylinder. Gegen. Dumpfes Brabbeln, ebenfalls aus einem Reihensechser, allerdings mit 3 Litern Hubraum. Die kleinste Art 2014, ein M-BMW zu fahren, ist der M235i. Der Name sagt es schon. Eigentlich ist er gar nicht so ein richtiger, waschechter M, denn dann würde er ja M2 heißen. Nein, er heißt M235i. Trotzdem, das ist eine richtige Sportskanone, der einen aufgeladenen Sechszylinder hat. Nicht wie einst ein Saugmotor mit Hochdrehzahlkonzept, sondern ein Turbomotor, der richtig Punch unten hat. Und das befähigt ihn auch auf der Rennstrecke zu Großtörten. Auf dem Handlingkurs im Kontidrom bei Hannover stellt der M235i eindrucksvoll seine Fahrleistungen unter Beweis. Das hochsensible ESP verführt aber dazu, sich von der falschen Seite an den Grenzbereich heranzutasten. Beim Verzicht auf die Fahrhilfe lässt sich der BMW präzise wie ein Laserskalpell dosieren und fährt tendenziell unter Steuern. Der Turbo im M235i lässt sich über die 7000er Marke drehen. Die Höchstleistung von 326 PS liegt aber schon bei 5800 Touren an. Mit 450 Newtonmetern Drehmoment zwischen 1300 und 4500 Umdrehungen macht er mächtig Dampf. Jetzt ist der Alte dran. Wir katapultieren uns 13 Jahre zurück und damit in diesen M3 e46 aus dem Jahr 2001. Ein ganz besonderer M3. BMW-Fans geraten da regelmäßig ins Schwärmen. Tacho bis 300, alles sehr puristisch ausgelegt. Und das Wichtigste natürlich, vorne unter der Haube sitzt ein Sechszylinder-Saugmotor mit Hochdrehzahlkonzept. Man kann es hier sehen, der Drehzahlmesser geht über 8000, man kann fast bis 9000 drehen. Das macht diesen Wagen sehr besonders. Und nun ist es natürlich super spannend, ob unser Volontär Attila recht hat. Der behauptet nämlich, dieser alte Sauger kann dem modernen Turbo noch immer das Wasser reichen oder sogar schneller sein. Da sind wir jetzt gespannt. Bei 7900 Umdrehungen pro Minute zerren alle 343 PS an der Hinterachse. Wer früher schaltet, verpasst das Beste. Der M3 ist ein Sportwagen. Punkt. Ein ziemlich guter obendrein. Sein Fahrwerk trifft den Grad zwischen Härte und Komfort präzise und wird nach zwei Modellspannen nicht alt. Die Rundenzeiten beider Fahrzeuge sind im Kasten. Besser gesagt in der V-Box, die anhand der GPS-Daten unbestechlich Geschwindigkeiten aufzeichnet. Autobild-Testredakteur Mirko Menke, der die Wagen ebenfalls gefahren ist, nimmt die Auswertung vor. Und dann heißt es. Ein Volontär, ein Redakteur, eine Automarke, zwei Fahrzeuge und ein Ergebnis. Das Ding ist gelaufen, Herr Kollege. Der Blaue hat gewonnen. M2 35i, deutlich schneller als deine Wahl, M3. 13 Jahre sind doch nicht spurlos an den Autos vorbeigegangen. Er war vier Sekunden schneller auf der Rennstrecke und das ist eine Welt. Deswegen, sag ich mal, er ist der klare Sieger. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zur Verteidigung noch zu sagen hast. Ich muss ungern zugeben, du hast recht behalten. Das ist für mich eine herbe Enttäuschung. Trotzdem ist das alte Auto für mich das viel jugendlichere. Es ist viel rauer, hat mehr Charme und macht vor allem viel mehr Spaß, wenn man das richtig fährt. Okay, da bin ich bei dir. In Ehre, Altern und Jugendlich bleiben klingt ganz gut und es stimmt auch. Klang und Emotionen beim Auto kommen wirklich gut rüber. Aber Technik definiert sich eben durch eine Performance-Darstellung und da ist der Neue einfach deutlich besser. Er beschleunigt besser und er macht eben auch die bessere Rundenzeit, ist präziser. Deswegen, der Sieger steht hier und du bist der Verlierer. Akzeptiere es bitte. Das ist bitter, aber du hast recht. Okay, damit können wir uns noch einigen. Ja, eine Niederlage für den Sauger. Eine aussterbende Spezies im Zeitalter von Downsizing und Turbomotoren. Deshalb gönnen wir uns noch einmal den Soundtrack einer Flex, die in einem Blecheimer voller Schrauben wütet. Ja, das war es. Da war es. Ja, Anal,service. Ja, das war es. Da sera, sage ich es.